Das sind immer so richtig schöne Erinnerungen. Das ist nun wahr. Jetzt muss ich mal gucken. Hier kann ich nicht drehen. Das war mir wieder durch die Stadt, oder? Ja, das heißt, ich kann hier drüber. Diese Türme da vorne sind ja auch die Touristen immer sehr hinterher. Das ist doch jetzt die, wie heißt die Breitestraße? Das wäre jetzt die Breitestraße gewesen und dies ist die Mauerstraße. Ja. Und das ist die Bäckerstraße. Aha. Und das ist die Mauerstraße. Aber mit den Autos ist auch immer viel, ne? Mit den engen Straßen. Also wenn wir Besuch bekommen, das ist immer ein einziges Drama. Wir haben ja unten im Hof unsere Garage. Ja. Aber wenn Besuch kommt, da ist... Wenn sie denn mal einen Parkplatz bekommen, müssen sie bezahlen. Oh. Ja, ja. Parkuhr, ne? Aber... Ja, vielleicht könnten die das ja auch so machen, dass in der Innenstadt nur die hier wirklich wohnen und die außerhalb, dass die den Shuttle-Verkehr einrichten. Ja. Sie können sich noch von der Stadt so ein Ticket besorgen. Ich weiß nicht, was das im Monat kostet. Aber da können sie sich hinstellen, wo sie wollen. Aha. Aber finden sie hier einen Parkplatz. Das ist ein Drama. Das glaube ich. Das ist... So, wo der da oben um die Ecke fährt, da fahre ich auch. Normalerweise würde ich jetzt hier links fahren. Ja. Um nach außen zu fahren. Ja. Und dann weiter runter. Ich fahre aber hier, da kann ich sie direkt an der Fußgänger-Auswander aussetzen. Ach so. Ja. Und ich versuche dann gleich wieder links runter zu fahren. Genau, hier waren wir letztes Mal auch. Da will ich mal gucken, ob das gelingt. Ich kann auch ein paar Schritte laufen lassen. Nein, ich setze sie hier raus und gucke mal, ob ich dann eventuell gleich runterfahren kann. Mal lesen. Okay. Ja, okay.